Dies ist der zweite Teil der Einführung in den Marxismus-Reihe. In dieser Episode widmen wir uns dem Staat und den grundlegenden Funktionsweise der kapitalistischen Produktion. Im ersten Teil beschäftigen wir uns also damit, was ein Staat eigentlich ist und wie er sich im Laufe der Geschichte entwickelt hat. Das Wissen darüber, über das Wesen des Staates, kann uns dabei helfen, zu erkennen, welche Rolle er in einer kapitalistischen Wirtschaft einnimmt. Der Staat ist keineswegs etwas, das die menschliche Geschichte durchzieht. Primitive Gesellschaften hatten ein gemeinschaftlich organisiertes Gemeinwesen. Doch ein Staat konnte sich erst dann herausbilden, sobald die Funktion zum Vorrecht einer besonderen Gruppe ausgeübt wurde. Diese Entwicklung hängt eng zusammen mit der Entstehung gesellschaftlichen Mehrproduktes. Wenn nicht genügend vorhanden ist, ist die Teilnahme jedes Einzelnen notwendig, um die Existenz der Gemeinschaft zu sichern. Dadurch, dass man in der Lage war, mehr zu produzieren, wurde es möglich, für Teile der Gesellschaft für Anhäufung der Produktion und dessen Verwaltung zu sorgen. Aber auch andere Mitglieder der Gemeinschaft von diesen politischen Funktionen auszuschließen. Marx hat es wie folgt im ersten Band des Kapitals formuliert. Braucht der Produzent alle seine Zeit, um die zur Erhaltung seiner selbst und seiner Rasse nötigen Lebensmittel zu produzieren, so bleibt ihm keine Zeit, um unentgeltlich für dritte Personen zu arbeiten. Ohne einen gewissen Produktivitätsgrad der Arbeit keine solche verfügbare Zeit für den Arbeiter. Ohne solche überschüssige Zeit keine Mehrarbeit und daher kein Kapitalist, aber auch kein Sklavenhalter, kein Feudalbaron, in einem Wort keine Großbesitzerklasse. Eine Klasse wird immer danach bestimmt, welche Stellung sie im Produktionsprozess einnimmt. Die herrschende Klasse sorgt dafür, dass diejenigen, die produktiv sind, getrennt werden von den Funktionen, die über ihre Produktion bestimmen. Heutzutage gibt es eine produzierende Klasse, die Arbeiterin und jene Klasse, die die Bedingungen grundlegend kontrolliert. Hier wird klar, dass es im Staat nicht nur um die Verwaltung und Organisation einer Gesellschaft geht, sondern um dessen Rolle, die Herrschaft einer Klasse über eine andere zu gewährleisten. Um dies sicherzustellen, braucht es das Gewaltmonopol in den Händen des Staates. Engels nennt deshalb auch den Staat eine besondere Formation bewaffneter Menschen. Es gibt zwar andere Funktionen, die ein Staat erfüllt, aber grundlegend für seine Existenz ist die Unterdrückung eines Teils der Gesellschaft durch eine andere. Dafür benötigt es öffentliche Gewalt, in dessen Dienste Armee, Polizei, Bürokratie, Geistlichkeit oder Richtersinn, die am Kapitalismus den Zweck haben, das Funktionieren der Gesellschaft für die Kapitalistinnen zu garantieren. Für eine längere Ausführung über diese Organe, insbesondere die Polizei, haben wir hier keine Zeit. Doch lässt sich feststellen, die Form der Polizei änderte sich im Laufe der Jahrzehnte und passte sich an die politischen Situationen an. Ob wie in ihren Anfängen als staatliche Antwort auf die erstarken Arbeitendenbewegungen in Preußen, zur Disziplinierung deutscher Kolonien bis heute, wo Demonstrantinnen angegriffen werden, um die Kohle von RWE oder Eigentum und Produktionsabläufe anderer Unternehmen zu verteidigen. Vom Deutschen Reich über die Weimarer Republik, den Faschismus und die Deutsche Bundesrepublik heute. Die Funktion der Polizei bleibt im Kern die gleiche. Die Aufrechterhaltung der herrschenden kapitalistischen Ordnung, die Niederschlagung und Erstickung der Arbeitendenbewegung und die Repression gegen die ärmsten und unterdrücktesten Teile der Bevölkerung. Doch keine Herrschaft kann lange durch reine Repression an der Macht bleiben. Wie die Geschichte zeigt, sind das sehr instabilige Bilder. So muss der Staat auch eine ideologische Rolle erfüllen, damit die ausgebeuteten Teile der Gesellschaft das System als unausweichlich und alternativlos ansehen. So wie auch heute. So bekommt man ständig zu hören, dass der Kapitalismus halt die natürliche Ordnung sei, die Natur des Menschen egoistisch oder dass ein anderes System nicht möglich wäre. In jeder Klassengesellschaft sind die Ideen die der herrschenden Klasse. Und fallen nicht einfach vom Himmel. Die Produktionen von Medien, Kunst und Kultur stehen zu gewissem Grad in materieller Abhängigkeit zu den Besitzenden und sind selbst der Marktlogik unterworfen. Springer, Bauer, Burda, Bertelsmann und Co. Insgesamt sind es elf große Medienkonzerne. Sie liegen in den Händen von Milliardären und teilen den Pressemarkt in Deutschland unter sich auf. Auch staatliche Institutionen wie Schulen und Unis tragen einen großen Teil zur Ideologiereproduktion bei. Aber auch weitere Mittel wie die politische Einbindung der Zivilgesellschaft, Schaffung von Privilegien für bestimmte Gruppen oder die Vermittlung der politischen und gewerkschaftlichen Bürokratien der Massenorganisationen tragen dazu bei. Als Beispiel ist hier die konstatierte Aktion zu nennen, bei denen sich Gewerkschaftsführungen mit Unternehmen und Regierungen an einen Tisch gesetzt haben, um Proteste und Arbeitskämpfe gegen die Preissteigerung abzumildern. All diese Dinge tragen zur bürgerlichen Hegemonie bei. Ein Grundprinzip der bürgerlichen Demokratie ist die Trennung der Massen von der Regierung des Staates. Diese Trennung kommt durch mehrere Mechanismen zustande. Zum einen sind jetzt die Massen nicht an der direkten Verwaltung der gesellschaftlichen Einrichtungen, der Produktion und Reproduktion, wie Fabriken, Unternehmen, Produktionsstätten, Krankenhäuser, Bildungseinrichtungen und so weiter beteiligt, in denen sie arbeiten. Zum anderen beschränkt der bürgerliche Parlamentarismus die Machtausübung der Bevölkerung auf nur wenige repräsentative Wahlen, wie bei uns alle vier Jahre. Dadurch wird die Arbeiterin-Klasse von ihrer eigenen Macht, die aus ihrer Stellung in der Produktion erwächst, entfremdet, individualisiert und zu abstrakten Bürgerinnen gemacht. Eine Vertuschung der Existenz unterschiedlicher Klassen also. Darüber hinaus zeichnet sich die bürgerliche Gesellschaft durch eine Trennung der exekutiven, legislativen und judikativen Funktionen aus, die dazu führt, dass die Bevölkerung keine demokratische Kontrolle über Staatsbeamtin, Richterin und die politische Kaste des bürgerlichen Staates hat. Herrschaft wird also nicht nur mit strikten Zwangsmaßnahmen durchgesetzt, die von den Massen offensichtlich als repressiv und autoritär wahrgenommen werden. Eine Kombination aus Zwang und Konsens ist dagegen eher geeignet, die Illusion in die bürgerliche Demokratie aufrechtzuerhalten, sodass sie den Kampf freiwillig aufgeben oder ihn gar nicht erst aufnehmen. Die Teile, die trotzdem kämpfen, können auch in der bürgerlichen Demokratie durch Zwangsmaßnahmen diszipliniert werden. Je nach Lage des Klassenkampfes und den Gefahren für ihre Herrschaft kann die Bourgeoisie es als nötig ansehen, eine andere Regierungsform aufzubauen, bis hin zu repressivsten, dem Faschismus, wo wir in den späteren Sitzungen auch nochmal stärker drauf eingehen wollen. Der kapitalistische Staat hat nicht nur eine ideologischere und repressive Rolle, sondern dient auch dazu, den Ablauf der kapitalistischen Produktion zu sichern. Also mit Gesetzen zum Beispiel. Wenn wir uns jetzt alle anfangen würden, einfach zu töten, wäre die Stabilität unserer Gesellschaft nicht gewahrt und damit auch nicht die kapitalistische Produktion. Ähnliches konnten wir in den Anfängen der Covid-Pandemie beobachten. Zwar waren Schutzmaßnahmen für die Unternehmen nicht von Vorteil, dennoch gab es zeitweise Lockdowns und Schutzmaßnahmen, die zwar vollkommen unzureichend waren, jedoch gab es sie. Schließlich hätte ein Zusammenbrechen der kompletten Gesundheitsversorgung noch weitaus größere Schwierigkeiten bedeuten können. Die Bereitstellung von Infrastruktur ist genauso Aufgabe des Staates und war notwendig, um ein nationales Binnenwerk zu formen. Aber auch Währungssysteme, Konjunkturprogramme und Freienheitsabkommen könnte man dazu zählen. Hier sieht man, dass man das allgemeine Interesse des Bürgertums nicht mit den individuellen Interessen eines Kapitalisten gleichsetzen kann. Es gibt verschiedene Kapitalfraktionen, die sich im politischen Kämpfen an der Regierung ausdrücken können. In Deutschland beispielsweise in der Frage, wie sich unsere Handelspolitik mit China entwickelt oder wie oder ob die Energiewende und Strukturwandel vonstatten gehen soll. Deshalb ergibt es auch Sinn, den Staat als ideellen Gesamtkapitalisten zu begreifen. In Zeiten relativer Stabilität sind Konflikte des Klassenkampfes begrenzt und die Produktionsverhältnisse werden nicht infragisch gestellt. Doch dies kann sich sehr schnell ändern in Zeiten von Krisen, was nicht bedeutet, dass besonders schlechte Bedingungen zwangsläufig zu einem Aufstieg im Klassenkampf führen müssen. Es ist immer eine Frage der objektiven Faktoren, also der ökonomischen Lage, der Regierungspolitik, die Faktoren, die unsere Umstände bestimmen. Und den subjektiven Faktoren, also dem Bewusstsein der Klasse, dessen Kräfteverhältnis zum Klassenkampf und dem Entwicklungsstand einer revolutionären Partei, die die Kämpfe anführen kann. Diese Bedingungen kann man natürlich nicht starr voneinander trennen, sondern sie haben auch Wechselwirkungen aufeinander. Wenn also der Widerspruch zwischen Produktion und gesellschaftlicher Organisation der Produktionsverhältnisse zu groß wird, kommt es zur sozialen Revolution. Die Herrschaft einer Klasse wird durch die einer anderen ersetzt. Deshalb nennen Marx und Engels die kapitalistische Herrschaftsform eine Diktatur der Bourgeoisie und wollen diese durch einen revolutionären Umsturz, eine Diktatur des Proletariats, entgegensetzen, die notwendig für den Erhalt einer sozialistischen Gesellschaft ist. Mit dem Ziel, den Staat als Klassenunterdrückungsinstrument absterben zu lassen, was nicht gleichbedeutend ist mit Organisation und Planung des Gemeinwesens. Ganz im Gegenteil. Das war ein Versuch, eine erste Einführung in die Entwicklung des Staates und dem spezifischen Charakter des Staates innerhalb der kapitalistischen Gesellschaft zu geben. Im Zuge unserer Workshop-Reihe haben wir auch in Diskussionsrunden versucht, genau diese Fragen noch weiter zu vertiefen. Wir wollen auch euch noch mal einladen, in euch zu gehen und euch selbst zu fragen, wie ist der Staat entstanden? Was ist der Staat und welche Rolle hat er eigentlich? Und welche Besonderheit hat der bürgerliche Staat? Im nächsten Teil wollen wir einen Abriss geben von der Entwicklung der einfachen Warenproduktion bis hin zur kapitalistischen Produktionsweise. Darüber hinaus wollen wir einen Einblick in die grundlegende Funktionsweise der kapitalistischen Produktion geben. Ernest Mendel beschreibt in seinem Buch Einführung in den Marxismus die primitiven Gesellschaften. Dort besteht ein einfacher Güteaustausch zur Befriedung der Bedürfnisse ohne Anhäufung eines Mehrprodukts. Daraus folgt, dass die dafür aufgewendete Arbeit unmittelbar gesellschaftliche Arbeit ist. Die Produktion von Überschüssen und die fortschreitende Arbeitszahlung führen zu einem privaten Charakter von Arbeit und dem Privateigentum an Produkten. So beginnt man, die Arbeitserzeugnisse zu tauschen, statt die Verteilung der Ressourcen zu planen. Dieser Austausch von Waren und Verteilung von Produktivkräften kann mit dem Wertgesetz beschrieben werden. Der Wert einer Ware wird bestimmt durch die durchschnittlich notwendige gesellschaftliche Arbeit für ihre Herstellung. Für den Tausch entstand auch schnell ein Tauschmittel in der einfachen Warenproduktion. Daraus konnte sich wiederum Kapital entwickeln. Kapital ist die spezifische gesellschaftliche Beziehung, die einem Kapitalbesitzer erlaubt, sich einen von anderen erzeugten Mehrwert anzueignen. Doch Kapital macht noch keinen Kapitalismus. Kapital brauchte erst die politische Rahmung, um in Mengen akkumuliert zu werden und in die Produktionssphäre einzudringen. Durch diese politische Entwicklung wird der Kapitalbesitzer zum Kapitalisten. Demjenigen, der nicht nur Kapital besitzt, sondern die Produktionsmittel und andere den Mehrwert im Produktionsprozess für sich erzeugen lässt. Von Kapitalismus sprechen wir, weil dieses Produktionsverhältnis zwischen Kapitalistinnen und Arbeitenden die dominierende Produktionsform ist, auch wenn es heute noch Form der Subsistenzwirtschaft gibt. Auch in vorkapitalistischen Gesellschaften wie dem Feudalismus wurde die Arbeit von Menschen in einen Teil aufgeteilt, den sie selbst konsumierten, und sie produzierten darüber hinaus einen Teil, den sie an die Herrschenden abgeben mussten. Heute werden wir immer noch ausgebeutet und müssen einen Teil unserer Arbeit abgeben, an den Kapitalisten. Und diese Differenz ist der Mehrwert. Der Wert einer Ware entspricht vielmehr den Wert, die einerseits aus den Produktionsmitteln und den vorherigen Produktionsschritten stammen und andererseits dem Wert, den Arbeitende der Ware zusetzen. Die Arbeiterin bekommt für ihre Arbeit also einen Lohn, aber nie so viel, wie sie in der Arbeitszeit tatsächlich an Wert schafft. Das heißt, die Arbeitenden arbeiten immer einen Teil des Tages unbezahlt. Was sie in dieser Zeit schaffen, ist der Mehrwert, den sich Kapitalistinnen als Profit in die Tasche stecken. Am Ende geht es also um eine Aushandlung. Wie viel Zeit des Tages arbeiten die Arbeiterinnen unbezahlt? Oder wie viel vom Wert einer Ware stecken sich die Kapitalistinnen ein und wie viel bekommen die Arbeiterinnen? Die ganzen Diskussionen um eine Lohnpreisspirale sind Ausdruck dieses Kampfes. Die Kapitalisten haben natürlich ein Interesse daran, dass sie in dieser Aufteilung des geschaffenen Werts zwischen Kapital und Arbeit selbst einen immer größeren Teil bekommen. Wenn sich Kapitalistinnen gegen Lohnforderungen verteidigen, dann einfach, weil sie ihre Profite im Sinn haben. Das Märchen von der Lohnpreisspirale dient nun schlicht dazu, den Arbeiterinnen auch noch vorzugaukeln, dass es in ihrem eigenen Interesse sei, wenn sie bei den Lohnforderungen Zurückhaltung üben. Auch heute gibt es wieder Linke oder auch Gewerkschaftsfunktionäre, die mit der Gefahr einer Lohnpreisspirale rechtfertigen, dass man keine zu hohen Lohnforderungen stellen dürfe. Oder andersrum loben manche Kommentatoren die Gewerkschaften auch dafür, dass sie keine zu ambitionierten Tarifabschlüsse erkämpft haben. Was sie komplett außer Acht lassen, sind jedoch die Profite. Dass diese Zurückhaltung uns nichts nützt, ist hoffentlich einigermaßen klar geworden. Der Mehrwert besteht also aus unserer unbezahlten Mehrarbeit. Es ist die Arbeit, die den Wert den Waren hinzufügt. Sie ist der Ursprung, das Profit der Kapitalistinnen. Wenn der Arbeitstag verlängert wird oder die Produktivität gesteigert wird, so wächst auch der Mehrwert. Die Entstehung des Kapitalismus lässt sich also sehr kurz so zusammenfassen. Erstens die Trennung der Produzenten von den Produktionsmitteln. Zweitens die Bildung einer gesellschaftlichen Klasse, die das Monopol an den Produktionsmitteln hat, die Bourgeoisie oder die Kapitalistinnenklasse. Und drittens die Arbeitskraft verwandelt sich zu einer Ware. Gehen wir nun auf die Grundzüge der kapitalistischen Wirtschaft ein. Die Produktion findet unter den Bedingungen des Privateigentums statt. Also die Verfügungsgewalt über Produktionsmittel haben die Unternehmen. Und Investitionen werden je nach Konjunktur getätigt. Ohne den Verkauf der Ware auf dem Markt kann auch kein Profit aus dem Mehrwert geschlagen werden. Die Produktion wird durch die Zwänge der Konkurrenz bestimmt. Wer sich nicht durchsetzen kann, geht bankrott oder wird aufgekauft. Das bedeutet, das Streben nach maximalen Profit, um Kapital zu akkumulieren, ist notwendig, um sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen. Dafür wird weiter investiert und versucht, die Produktionskosten zu senken, meist durch die Anschaffung von Maschinen, die die Produktivität erhöhen. Eben jene Regeln bzw. Zwänge der kapitalistischen Produktion haben zum Ausbau von Produktivkräften und der Arbeitsproduktivität geführt. Hieran liegt eben die historisch fortschrittliche Funktion des Kapitalismus. Doch diese können nicht entfaltet werden durch die Unterordnung der Arbeiterin unter die Maschinen und durch die Unterwerfung der beschriebenen Marktgesetze. Es kommt zur Entfremdung der Arbeiterin von ihren Arbeitsinstrumenten, Arbeitsprodukten, Arbeitsbedingungen und allgemeinen Lebensbedingungen. Also nicht nur von ihren Arbeitsleben selbst, sondern auch unserer Freizeit. Unser gesamtes Leben wird den kapitalistischen Spielregeln unterworfen. Um den Profit, also den Mehrwert, zu erhöhen, gibt es zwei Möglichkeiten. Erstens die Verlängerung des Arbeitstages oder zweitens die Arbeitsproduktivität zu erhöhen. Dies wird mit rigorosen Mitteln versucht. Dazu zählt das Aushöhlen der 40-Stunden-Woche oder Überwachungsmethoden, wie das Zeitstoppen deiner Pinkelpause. Der Kampf um bessere Arbeitsbedingungen und höhere Löhne stellt deshalb ein immer konstantes Problem im Kapitalismus dar und wird grundlegend vom Kräfteverhältnis der Arbeitenden zum Kapital bestimmt. Dinge wie die 40-Stunden-Woche wurden hart erkämpft und sind Errungenschaften aus dem Klassenkampf, auch wenn sie immer wieder angegriffen werden. Solange dieses Produktionsverhältnis aufrecht bleibt, gibt es immer eine Tendenz zur relativen Verarmung. Also obwohl der neue geschaffene Wert größer wird, wird unser Anteil daran kleiner. Dass Löhne der Ausdruck des Kräfteverhältnisses zwischen Kapital und Arbeitssinn ist jetzt gerade in Zeiten Inflation zu sehen, wo zwar Nominallohnsteigerungen verhandelt werden, aber Reallohnsenkungen, die konsequent sind. Die Löhne sind aber auch ein Ausdruck von Marktpreisen der Arbeitskraft, da diese schließlich eine Ware sind. Sie wird durch die Fluktuation der industriellen Reservearmee mitbestimmt, also der Arbeitslosigkeit. Entscheidend dafür ist die Konjunktur. Die Reserve an Arbeitenden ist nicht abhängig von Migration und Demografie, sondern von der kapitalistischen Logik, Krisen und den Maschinen. Die Arbeiterinnen vom Markt drängen. So entscheiden sie über die Entlohnung von Arbeitskraft zusätzlich zum Klassenkampf, Klassenbewusstsein, Kampfbereitschaft und Organisationsgrad der Arbeitenden. Zu den kapitalistischen Bewegungsgesetzen zählt also, dass nur Arbeit, Wirtschaft und so den Mehrwert, der verantwortlich ist für die Profite. Denach sind für den maximalen Profit die Erhöhung der Mehrwertrate, das Drücken der Produktionskosten und das Steigern der Produktivität zentral. Der Ausbau der Produktionsmittel in den Maschinen erhöht dabei massiv die Produktivität und wird notwendig durch die Konkurrenz. Marx nennt das das konstante Kapital. Das Verhältnis des konstanten Kapitals steigt also im Vergleich zu dem variablen Kapital, also der Arbeitskraft. Der Faktor, der verantwortlich ist für die Profite. Aus dem Fakt, dass Profite aus Mehrwert, also Arbeit, entstehen und im ständigen Ausbau des konstanten Kapitals, entsteht der tendenzielle Fall der Profitrate. Die Profitrate ist das Verhältnis des Mehrwerts zum vorgeschossenen Gesamtkapital. Also nicht die Masse am Profit, sondern das Verhältnis zueinander. Dadurch, dass die organische Zusammensetzung des Kapitals sich verändert, also der Anteil an Investitionen in Maschinen wächst, im Gegensatz zum variablen Kapital, also den Investitionen in Arbeitskraft. Der Teil, der den Mehrwert und die Profite erzeugt, sorgt das für einen tendenziellen Fall der Profitrate. Dadurch lohnen sich Investitionen immer weniger. Es handelt sich hier um eine Tendenz, dass nicht nur abwärts gehen muss, sondern auch Gegentendenzen existieren, wie durch die Steigerung der Ausbeutungsrate. Im Endeffekt kann diese Tendenz jedoch nicht neutralisiert werden. Das zeigt sich am Beispiel der Phase des Neoliberalismus, wo durch Produktivitätssteigerung, also Deregulierung, Flexibilisierung, der Ausholung von Arbeitsrechten und so weiter, Konzernen ermöglicht wurde, Profite zu steigern. Die Produktivität kann jedoch nicht unendlich gesteigert werden, wie wir in den nachfolgenden Krisen bemerken konnten. Krisen kommen in unserem System periodisch immer wieder und wieder. Selbst die besten Konjunkturpakete und die hartesten Arbeitsmarkt-Deregulierungen konnten das nicht verhindern. Krisen ändern sich zwar, aber ihre Kernursache bleibt gleich. Das Grundproblem ist in den eben erklärtenen, sinkenden Profitrate zu finden. Wie Marx zutreffend formuliert, die Profitrate ist die treibende Macht in der kapitalistischen Produktion und es wird nur produziert, was und soweit es mit Profit produziert werden kann. Der Akkumulationsprozess besteht aus periodischen Zyklen, Zeitens Booms, also des Wachstums und der Akkumulation und Zeiten der Krise, des Zusammenbruchs der Märkte, Banken und Finanzblasen. Jene Instabilität der Wirtschaft macht sich auch in Fragen des Geldwertes in Form von Preissteigerung bemerkbar. Das Versagen der kapitalistischen Produktion, genug Angebot zu liefern, liegt nicht nur am Krieg oder Covid. Hier ist es besonders wichtig zu betonen, dass der Grund im Absinken der Produktivität und Profitraten liegt, was zur jetzigen Angebotsknappheit und hohen Inflation beigetragen hat. Covid und Krieg, auch wenn sie selbst Ausdruck des Kapitalismus sind, waren also nicht Auslöser, sondern Katalysatoren für die jetzigen Krisen. Krisen führen jedoch nicht zum automatischen Untergang des kapitalistischen Systems, sondern benötigen die bewusste Aktion der arbeitenden Klasse, um es zu überwinden. Wichtig ist, in solchen Zeiten mit einem Programm zu intervenieren, welches Antworten auf diese Probleme geben kann. Wir schlagen Forderungen nicht vor, um damit die Inflation zu bekämpfen, die Währung zu stabilisieren oder Wirtschaftskrisen abzumildern, sondern wir fordern das, was nötig ist, um die Lebensbedingungen der Mehrheit im Land zu bewahren und wollen so aufzeigen, wie eine Brücke dazu geschlagen werden kann, eine sozialistische Gesellschaft aufzubauen. Dazu gehören Forderungen wie übersektorale Streiks, nicht nur für ein paar Prozent mehr Lohn, sondern gegen die Inflation allgemein. Wir brauchen nicht nur höhere Löhne, sondern auch Sozialleistungen, BAföG und Renten, die sich automatisch an die Inflation anpassen. Doch wir wollen bei Lohnkämpfen nicht stoppen, sondern wir wollen auch Streiks, die sich gegen Aufrüstung und Krieg wenden können. Deshalb sagen wir auch, kein Cent und kein Mensch für die Bundeswehr. Wir brauchen endlich eine Ausfinanzierung des sozialen Bereiches und für das Klima. Doch wir brauchen nicht nur Geld, um unsere Probleme zu stopfen. Wir müssen auch an diejenigen ran, die die Krisen verursachen. Die gleichen Konzerne, die an der Energiekrise profitieren, profitieren genauso an der Zerstörung unserer Umwelt. Wir müssen sie nicht nur massivs besteuern, sondern eine Perspektive aufmachen, genau jene Konzerne entschädigungslos zu enteignen und unter die Kontrolle der Beschäftigten und Verbraucherinnen zu stellen für einen ökologischen Umbau der gesamten Wirtschaft. Wie wir heute gelernt haben, sind nicht nur Unternehmen dem kapitalistischen Zwang unterworfen. Staaten sind keineswegs neutral. Wer für Frieden kämpfen möchte, egal ob in der Ukraine oder in Syrien, muss sagen, weder Putin noch NATO, auch keine EU. Wir brauchen Streis gegen Waffenlieferung, gegen Aufrüstung und für ein sofortiges Ende des Krieges. Denn wir wollen eine Welt, die offene Grenzen für Menschen hat, statt für Waffen. Wir wollen für eine Perspektive kämpfen gegen den Imperialismus und den Krieg. Wir brauchen internationale Solidarität. Im Anschluss zu diesem Input haben wir uns auch noch mal Zeit genommen, über Fragen tiefer zu diskutieren. Und auch ihr könnt euch noch mal überlegen, welche grundlegenden Gesetze die kapitalistische Produktion bestimmen, was eigentlich Kapital ist und warum die Mehrwertproduktion so zentral für die Kapitalistinnenklasse ist. Abschließend würde ich euch auch allen noch mal raten, darüber nachzudenken, warum es eigentlich keinen gerechten Lohn gibt. Das war auch schon der zweite Teil unserer Einführung in den Marxismus-Reihe. In der nächsten Episode wird es vor allen Dingen um das imperialistische Weltsystem gehen. Wenn euch die Einführung in den Marxismus-Reihe gefällt, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr unsere Inhalte teilt und eurem Umfeld empfehlt. Und wenn ihr jetzt Bock bekommen habt, euch noch tiefer mit marxistischen Analysen auseinanderzusetzen oder ihr tägliche Nachrichten der revolutionären Linken lesen wollt, dann schaut doch mal auf klassegegenklasse.org vorbei. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020